Also insgesamt fliegen hier in der Tropenwelt jetzt 13 Vogelarten frei rum. Eben die neuen Weißkehl- und Rotkehlspind. Dazu sind noch neu gekommen der Schwarzohrpirrol und Rothaubenturakos. Dafür hat uns der letzte Spitzhaubenturako leider verlassen und ist jetzt in eine andere Haltung umgezogen. Und was natürlich immer manchmal ein bisschen untergeht, aber wo es sich auf jeden Fall lohnt auch mal gezielt nachzusuchen, sind unsere freifliegenden Flughunde. Das sind unsere Riesenflughunde. Wir haben insgesamt drei verschiedene Arten von Flughunden, die hier die Bäume bevölkern. Eben den erwähnten Riesenflughund, den Nilflughund und den Rodriguezflughund. Nehmen Sie sich immer gerne die Zeit und schauen in unsere Bäume. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Vögel inzwischen in verschiedenen Größen auch zu entdecken, von klein bis auch richtig groß und eben auch unsere super spannenden tollen Flughunde. Ich fitter jetzt unsere Spinte. Wir haben inzwischen vier Arten hier in der Tropenhalle. Zwei davon sind schon seit einigen Jahren bei uns. Der Weißstirn-Spind und der Kamin-Spind. Und neu hinzugekommen sind jetzt der Weißkehl-Spind und der Rotkehl-Spind, die jetzt seit kurzem auch hier den Luftraum bevölkern. Kann. Okay.